Wenn ich mich nicht schäme und anfange zu lügen, dann kann ich ja alles mögliche behaupten, verstehst du? Dann kannst du nicht festgenagelt werden. Du kannst nicht festgenagelt werden und du lügst dann einfach. Du sagst, ah ne, ist nicht so und fertig. Richtig, einfach ist es nicht so. Warum denkst du, Isam Bayam wird von vielen, auch von Alu Abulbara, als Kafir sogar bezeichnet, als Heuchler? Weil er bei den Kafir, ja, bei den Kafir tut er Arschstrichen. Er schleimt bei denen. Nee, bei uns nicht, so wie diese Abomaren. Genau gleich, eins zu eins. Schleimen und Lügen, vertuschen. Oder verleugnen. Verleugnen. Nein, steht nicht so da und fertig. Gibt es nicht. Also Leute, stream liken. Liked und stream nicht vergessen. Stream liken, damit möglichst viele Menschen erreicht werden. Und möglichst viele Menschen sehen, wie die Moslems sich hier blamieren in jeder Diskussion. Und immer zu denselben Mitteln greifen. Beleidigen, Bedrohung, Lüge. Das ist das. Also sagen wir kurz gefasst, Gewalt und Lüge. Was schlimm ist, der Islam hat nichts mit dem Islam zu tun. Ist auch ein guter Spruch, oder? War ein Lügen. Nie hat das was mit dem Islam zu tun. Nie. Nie. Alexander Juth, vielen, vielen Dank, kleiner Aufwandsentscheidiger für die TikTok-Zerfetzung. Danke, Alexander. Die westliche Welt. Wenn euch zivilisierte Intelligenzbestien die westliche Welt nicht zusagt, warum lässt ihr euch dann hier aushalten wie mittellose Kleinkinder? Schleicht's euch doch in eure paradiesischen Länder, wo ihr selbst unterdrückt werdet. Kasper-Theater. Ja, das ist der Punkt. Sie hetzen einerseits gegen Europa oder gegen die westliche Welt oder gegen Deutschland. Aber genießen natürlich alle Vorteile. Wie der Erdogan-Anhänger. Erdogan, der Recepter. Und die wählen hier alle. Die wählen hier. Ab oder ich gehe morgen wählen für Erdogan. Sie waren noch nie in Deutschland wählen. Noch nie waren sie in Deutschland wählen. Nee, wollen die auch gar nicht. Das Recepter betreibt Erdogan, da wählen sie natürlich. Für den sieht es aber gerade womit halt schlecht aus, so wie ich gestern gesehen habe. Ja, weil das Land ist im Arsch und Lira schlecht und Inflation. Das war ja auch der Grund, warum er gesagt hat, er will nicht in der Türkei leben. Wegen Wirtschaftskrise. Aber er wollte nicht Inflation, er wollte Inflation sagen, hat er das Wort zurückgenommen. Er hat es gemerkt, er wollte Inflation sagen, aber hat er da nicht. Döner essen, guck mal, der war so unverschämt, Irrfan. Der war so... Der war so in der Contest gesiegt. Keine Manieren. Frisst er da so wie ein Schwein vor der Kamera. Keine Manieren, null. Kein Respekt. Irrfan, aber sei doch mal ehrlich, guck mal, das Video ist in deinem YouTube. Schämst du dich nicht? Deine Familie, deine, keine Ahnung, Verwandte, die schämen sich doch für dich. Wie kann man sich so verhalten? Hallo. Voll viele melden sich aber irgendwas. Vielen Dank an die Unterstützung und die Zuschauer, wenn ihr Fragen habt und unterstützen wollt, über Titel, schaut bei YouTube rein. Guten Abend zusammen. Guten Abend. Ja, schade, der gute Mann, der gerade den Islam so schön geredet hat, ist leider weg jetzt. Ich wollte ihn fragen, wie das nach Balkan gekommen ist, mit Liebe oder... Sehr gute Frage. Alles freiwillig. Ja, und ich wollte ihn fragen, ob er unsere Geschichte besser kennt, als wir selber, die von da kommen, weißt du? Ja, schade, aber leider kommen die immer und geben die Stelle wieder, weißt du? Ja, er wird lügen, er wird einfach sagen, ja, die Leute haben den Islam freiwillig angenommen, bla bla bla, der wird lügen einfach. Das Schlimme ist, wenn, die kennen wir, aber sagen das mit Absicht nicht, die sagen das nicht. Weißt du, ich treffe sehr, sehr, sehr viele vom Balkan, vor allem auch Albaner, die sagen, ich möchte wieder Christ werden. Das sind meine Wurzeln, wir wurden damals gezwungen, das ist die Geschichte, die Historie, das kannst du nachweisen. Das kannst du nachweisen. Es freut diese Entwicklung, es freut diese Entwicklung. Mich auch, sehr, 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 oder vor allem Albaner sehe ich hier im TikTok, so viele, so viele kehrenden Rücken, den Islam den Rücken, brutal viele, wirklich sehr, sehr viele. Und es hat mich sehr, sehr gewundert. Dein Nationalismus, verstehst du? Ja, genau. Wenn du jetzt sagst, ich bin stolzer Albaner und deine ganze Identität und euer Nationalheit, alles basiert auf dem Kampf gegen Islam, auf dem Kampf gegen... Ihre Geschichte bezieht sich darauf, genau. ...Invasion. Da musst du, wenn du zu deinen Wurzeln zurückkehrst, musst oder kannst du nicht Moslem sein. Du kannst kein Moslem sein als Albaner, das habe ich schon so oft gesagt und sie kennen den Widerspruch und, ja, Gott sei Dank gibt es da viele, die sich immer mehr, dafür entscheiden. Amen, Bruder. Amen. Also ich sage auch, Gott sei Dank, für mich so persönlich als noch nie Moslem gewesen als Albaner. Für mich ist das so, keine Ahnung, so ein schönes Gefühl im Herzen, weißt du, wenn ich sehe, dass viele wieder zurückkommen, weil ich kenne ja die Geschichte dahinter, weißt du? Richtig, Amen, Bruder. Ich würde auch niemals urteilen, so gegenüber, also gegen meine Brüder zum Beispiel, weil ich weiß, dass viele halt unwissend sind. Irfan, du weißt, wir wurden unterdrückt. Man hat uns halt, weil er hat ja gerade Islam so verschönert, ey, man hat das als Waffe gegen uns genommen, Leute. Genau. Man hat uns Schulen verboten, alles hat man uns verboten, aber die Moscheen oder Hodjas, die hat man geschickt von Russland. Man hat die da ausgebildet und dann zu uns geschickt mit Gift, weißt du? Richtig. Und da sind, viele sagen, bei uns gibt es diese Unterschiede nicht. Natürlich gibt es die nicht, weil wir Brüder sind und wir waren nicht praktizierend, beziehungsweise unsere muslimischen Brüder, die waren nicht praktizierend und nicht wissend. Aber Fakt ist, die Wahrheit, was hier steht, was die Brüder hier zeigen im Internet, das ist die Wahrheit. Und das ist, Gott sei Dank gibt es euch, weil viele öffnen die Augen. Man soll es denen nicht böse nehmen. Richtig. Natürlich, Bruder, man kann es denen auch nicht böse nehmen manchmal, weil die sind unwissend, die wissen wirklich nicht, was da steht, weißt du? Bruder, ich kenne sehr, sehr viele, wenn du mit denen alleine sprichst, sogar wenn ein Muslim ist, aber Albaner, der ist ganz anders. Aber du merkst dann viele, wo mit Türken rumhängen, die schleimen bei denen da und dann sind die plötzlich irgendwie sogar Osmanen, habe ich gehört, aus dem Mund. Die sind eigentlich Osmanen. Wie kannst du als Albaner sagen, ich bin ein Osmanen? Wurde deine Mutter vergewaltigt oder was? Bosnia sagen das auch oft. Bosnia sagen das auch oft, ja, wir sind grünen Türken. Das ist eine Beleidigung, das ist eine Beleidigung für die Ethnie selbst. Wie, du bist ein Osmanen, bist du verrückt? Du bist Illyria und dann sagt dir, ich bin ein Osmanen, ey, du verkaufst deine eigene Geschichte und so eine jahrtausende alte Geschichte verkaufst du für ein Osmanen. Das stimmt, Bruder, das stimmt wirklich. Das ist wirklich sehr traurig. Vor allem, wie sie mittlerweile auch unsere Flagge beleidigen. Da sind selbst Albaner, das ist ja das Allerschlimmste an der Geschichte. Ja, habe ich auch gesehen, sogar in TikTok habe ich gesagt, ja, das ist ein Kaffelfahne, der Kaffee. Oder wie kann man nur so gottlos sein, weil diese Fahne hat ja niemanden, dieser Fahne hat ja niemanden angegriffen. Also es waren ja die, die kamen. Es waren ja die, die kamen, verstehst du? George Castriotti hat sich verteidigt, kein Angriffskrieg, das war eine Verteidigung. Eine Verteidigung. Skanderbeck hat sich verteidigt, mehr nicht. Das ist historisch nachweisbar, das kann man überall nachlesen. Dieser Nationalheld, Bruder, ist wortwörtlich ein Nationalheld. Er hat sein Volk von den Muslime geschützt, ganz einfach. Er wollte es nicht. Guck mal, die haben ihn als Kind sogar genommen nach Istanbul. Die haben ihn als Kind genommen. Als Erwachsener kam er zurück, hat gesagt, nein. Er hat sein Volk gesehen. Dann ist er zurückgekehrt. Richtig. Er hat das Moslem, zwangsweise. Dann ist er zurückgekehrt. Ja, als Kind, Bruder, als Kind, natürlich, weil er ein erwachsener Mann ist, zurück zu seinen Wurzeln. Wir wurden gezwungen, Bruder, die Erstgeborenen zu geben, beziehungsweise die edlen Häuser, weißt du? Richtig. Wie der Vater von Judge Castriote, er war ja ein edler Mann, er musste ja seine Söhne abgeben. Also die wurden gezwungen, weißt du? Es war ja nicht so, man hat die aus Liebe gegeben. Richtig. Ja. Hast du richtig, Bruder? Absolut. Holen wir mal ein paar rein, weil in meinem Akku ich habe nicht so viel und das Radekabel ist... Jetzt holen wir mal ein paar. Hey, Ben, hat mich gefreut. Vielen Dank dir. Danke dir für deine Zustimmung. Ich wünsche euch schönen Abend noch. Gott segne dich, Bruder. Und Gottes Segen. Danke dir. Euch auch. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Verdächtiger Mann. Hallo, verdächtiger Mann. Verdächtiger Mann ist verdächtig leise. Gut, weiter. 24%. Jetzt ist dafür ein Nicht-Verdächtiger drin. Hallo, guten Tag. Guten Abend. Ich hätte gerne eine Frage. Du warst ja vorher auch Moslem, ne? Ja. Ja. Welche Rechtsschule hattest du? Oder warst du Sunnit? Ich war Sunnit, aber ich war Salafi. Ich hatte keine Rechtsschule. Also ich bin keiner Rechtsschule gefolgt, sondern so halt typisch Salafi, so den stärksten Beweis oder so. Ja, ich wollte vorher reingehen, wo der Moslem drin war, der gesagt hat, der ist Moslem, aber ich finde die Muslime jetzt, die wir hier leben. Ja, aber das kann ich ja auch fragen, das sind ja die Muslime, die wo hier zerspaltete Muslime, wie du jetzt auch sagst, du warst ja auch zerspalten, in einer Gruppe. Ich bin jetzt keiner, der in einer Gruppe ist. Ich glaube, ich glaube nur an den Koran. Deshalb, wenn ich jetzt mit jemandem diskutiere... Du bist Moslem. Koranite. Koranite wahrscheinlich, ne? Nein, nein, Koranite, das Wort hört sich so eine Sekte an. Ja, nee, aber du nimmst nur den Koran an, meine ich. Genau, genau. Ich nehme nichts anderes an. Okay. Okay. Was ist interessant, darf ich dich was fragen? Natürlich. Okay. Ich habe mega da. Moment, ist nur, mein Mikro ist kurz auf. Also, Koranite, wie rechtfertigst du das, wie begründest du das, dass du Koranite, also wie kannst du die Sunnah einfach außer Acht lassen? Wie? Nein, wie kannst du die Sunnah außer Acht lassen? Nein, das heißt ja nicht, dass ich Mohammed außer Acht lasse. Stimmt ja nicht. Aber du lehnst doch dann die Hadithe lehnst du doch ab, als Koranite, oder nicht? Schau mal, Irfan, im Koran steht ja nichts, dass ich jetzt irgendeine... Lehnst du die Hadithe ab? Da hat doch gerade gesagt, die Hadithe, lehnst du die ab? Ja, natürlich. Das meinte doch die ganze Zeit. Ja, aber Hadith heißt ja nicht, dass ich den Mohammed, den Propheten... Nein, nur die Hadithe hat er gemeint. Hadith ist ja, warte, Hadith ist ja eine Aussage, eine Überlieferung von Mohammed. Wenn du Hadith ablehnst, dann lehnst du meiner Meinung nach auch Mohammed ab. Das ist genau das Problem, was ja viele haben. Die denken, dass ich, dass es so ist, aber wenn ich den Koran lese, steht im Koran nichts, dass ich Hadithe annehmen soll, sondern dass ich keine annehmen soll, außer diese Hadithe. Hadithe heißt ja im Prinzip nur ein Wort, eine Aussage. Aber woher weiß ich nicht? Wo steht das? Hadithe? Wo steht das im Koran, dass du Hadithe abreden sollst? Das würde ich auch jetzt sehen, ja. Du kannst in Suri zum Beispiel Kalam 44... Kannst du kurz vorlesen vielleicht? Ich kann es vorlesen. Okay, kannst du lese? Ja, sie ist 6. 45, 6 müsste ich glaube sein. Das ist glaube ich 45, 6. Schau mal 45 zu 6. Ja, und was steht da? Da steht zum Beispiel, dass ich keine Hadithe außer dieses nehmen soll. Ich soll keine andere Hadithe annehmen. Das steht in 5, 6 und 5, 6... Also da steht... Hadithe. Da steht diese... Warte, da steht... Da steht Hadith. Okay, warte. So, jetzt kannst du... Dies sind... 45, 6. Dies sind die Verse Allahs, die wir dir in Wahrheit verlesen. An welche Verkündigung wollen sie denn nach Allah und seinen Versen glauben? Hä? Du sagst Verkündigung. 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 Ja, das ist Wortspielerei. Nein, nein. Das ist... Lies doch mal aus Allah. Der Reihe nachher. Das ist ein sehr schwaches Argument. Denn mit Verkündigung ist so... Hier wird gemeint, eine Offenbarung, etwas nach dem Koran, ein göttliches Buch. Das ist gemeint mit Verkündigung. Aber Irfan, ist das göttlich? Wenn ich jetzt den Mohammed annehme, habe ich dann nicht dann zwei Sachen, woran ich glauben muss? Ich nehme den Koran an. Habt ihr eine andere Übersetzung, Alimo? Habt ihr eine andere Übersetzung? Also... Alimo, habt ihr eine andere Übersetzung, Alimo? Guck mal, ich kann dir das nur so sagen, damit du verstehst, was ich meine. Ich gebe dir ja recht, wenn du das sagst, weil ihr wisst ja, 80% des Muslime sind ja fast Sunniten. Klar, diese Bücher sind so schön übersetzt, dass es ihnen passt. Aber wenn du es jetzt auf Arabisch liest, steht da Hadith. Okay, machen wir mal auf Arabisch. Hadith, das Wort, Hadith, Hadith als Wort hat natürlich verschiedene Bedeutungen. Darüber reden wir nicht. Schau mal, machen wir es kurz, machen wir es kurz. An wie vielen Stellen im Koran wird befohlen, den Moslems befohlen, Mohammed zu folgen und auf Mohammed zu hören. Und alles, was Mohammed macht, sagt, ist Gesetz für Muslime. Okay, das erkläre ich mir, wie ich es glaube. Und dann kannst du mir immer noch sagen, das ist falsch oder das ist richtig. Oder kannst du sagen, davon weiß ich nichts. Wenn ein Prophet sagt, oder wenn Mohammed im Koran sagt, ich folge, und das weißt du ja 100%, nur dem, was mir offenbart wurde. Wem folge ich, wenn ich dem Koran folge? Folge ich nicht automatisch auch Mohammed? Ja, aber warte mal, damit machst du es dir extrem leicht. Nein, 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 der Koran sagt doch auch über Mohammed. Warte, Allah sagt doch auch über Mohammed, das, was er euch gibt, nimmt und das, was er euch verbietet, davon lasst ab. Das heißt, Mohammed hat direkt, direkt, ist nicht nur Vorbild, sondern man muss ihm absolut Gehorsam leisten. Und das heißt, wenn Mohammed, was sagt denn einem Hadith und seine Gefährten, seine Gefährten überbringen das und sagen, ja, der Prophet hat das gesagt, das gemacht, das gesagt, das gemacht. Dann musst du, wenn du den Koran ernst nimmst, diesen Hadithen folgen, weil im Koran wird dir befohlen, Mohammed in diesen Sachen auch zu folgen. Verstehst du? Äh, richtig. Guck mal, du erzählst mir das gleiche, was ein Sunnite mir erzählt. Und der liegt falsch. Ja, aber das ist einfach so im Islam. Das ist einfach so im Islam. Okay, könntest du mir, wenn ich dir einen einzigen Vers aus der Bibel bringe, könntest du mir sofort sagen, oder müsstest du sagen, halt, hier steht noch was da und hier steht was. Ist ja normal, man kann ja nicht aus einem Satz, aus einem Vers das Buch schon können, oder? Oder kennen. Kannst du nicht. Alimo, ich habe schon mal, ganz kurz, ich habe schon mal mit Koraniten gesprochen, die, die, die wirklich, die Auslegung vom Koran ist wirklich bei euch sehr, sehr komisch. Nehmen wir mal ein Beispiel, Sura 7833, steht bei euch schwellende Brüste bei den Jungfrauen, oder sagt ihr was anderes? Steht bei uns was anderes. Ah, das wollte ich wissen, ihr fand. Hör zu. Ja, ja, hör zu. Ich habe schon mal mit Koraniten gesprochen. Ich habe da hinten was anderes gesagt. Aber kann ich mir was sagen, Bruder? Schau mal, guck mal, guck mal, Bruder. Das Problem ist nicht der Koran. Das Problem ist, das gibt es ja bei uns auch in Deutschland, egal in welchem Land. Man hat für manchen Wörter oder für viele Wörter andere Bedeutungen. Das weißt du ja selber. Jetzt nehme ich diese Wörter und lege es so, wie ich es will, wie der es kapiert, so viel, wie er das versteht. Wie kann man Jungfrauen mit schwellenden Brüsten anders übersetzen, bitte, Herr Kleiner? Guck mal, da müsste ich ein Professor sein. Was? Bin ich nicht, bin ich nicht. Ihr Alimo. Ganz kurz, Alimo, wirklich, für das Verständnis. Ich kann mir etwas anderes sagen. Ganz kurz, bei dem Thema, weil ich ja mit Koraniten sehr oft gesprochen habe. Wie kann man Jungfrauen mit schwellenden Brüsten anders deuten? Baum mit schönen Früchten oder? Nein, das Wort... Kirschbaum. Du meinst das mit der Brüste, glaube ich, oder? Guck mal, Sura 78, Vers 33 steht da eindeutig. Jungfrauen mit schwellenden Brüsten. Wie kann man das anders übersetzen? Das müsste ich jetzt wirklich gucken, was bei mir zum Beispiel drinsteht. Ich weiß nur zum Beispiel, du sagst ja auch bei Nisa, Sura Disa, sagst du ja auch zu mir, da steht Frauen schlagen, oder nicht? Aber Jungfrauen mit schwellenden Brüsten, also das kann man wirklich nicht anders deuten. Du bist Deutscher, der zum Islam konvertiert ist. Nein, der Türke, der wohl schon immer Sunnite als Sunnite war, bis ich den Koran selber gelesen habe. Und ich glaube nicht mehr an die Sunnah. Das sind Koraniten, Bruder. Ich verstehe nicht, dass diese Leute nicht den Widerspruch sehen, dass sie einerseits sagen, ja, Mohammed ist ein Prophet, der letzte Prophet. Aber andererseits, ah nein, aber was Mohammed uns befiehlt, das folgen wir nicht. Wir folgen nur Koran. Woher hast du diesen Koran? Du hast ihn doch von Mohammed. Du hast ihn nur durch Mohammed. Und wenn Mohammed lügt oder du Mohammed nicht folgst, dann folgst du auch nicht dem Koran. Wenn du aber dem Koran folgst, dann musst du auch Mohammed folgen, weil der Koran dir befiehlt, an unzähligen Stellen Mohammed zu folgen. Also den Widerspruch kann man nicht auflösen. Das ist eine neue Bewegung auch bei den Türken. Also ich habe das sehr oft gesehen, bei den Türken, wie gesagt, die Koraniten, das ist so eine neue Bewegung. Und warum, Bruder? Weil du musst überlegen, wenn man ihnen sagt, bei euch steht so und so, bei euch steht so und so, die Aisha war sechs Jahre, dann denken sie, hey, wir hatten so Hadithen, die blamieren uns ja tot. Das ist ja eine Katastrophe. Verstehst du? Das ist in der Neuzeit, sehr, sehr häufig mit Koraniten. Weil die schämen sich für die Hadithen und die sagen, hey, ablegen, fertig, keine Hadithen mehr, fertig. Genau. Sie wollen die unangenehmen Sachen im Islam loswerden, weil viele unangenehme Sachen natürlich in der Sunna enthalten sind. Und die Sachen wollen sie loswerden. Und die sagen, ich folge nur dem Koran. Ich meine, auch wenn du nur dem Koran folgst, auch da haben wir viele, viele... Genug, genug, genug. Viele Sachen stehen in der Sunna und dem wollen sie einfach entgehen, indem sie sagen, ja, ich folge nur Koran und das war's. Ja, so ein bisschen liberal wirkundig ist das. Shalom, Bruder, Shalom, wie geht's euch? Ja, gut, Bruder, wie geht's hier? Ja, auch gut. Ich wollte eigentlich schon rein, wo der Türken auf den war, der Koraniten, aber jetzt zu spät. Was haben wir zu sagen? Ja, wie er das erklärt mit Alkoholverbot, mit Alkohol erlaubt. Verstehst du, weil wenn du die ganze Tastierung so ablehnst, wie willst du das alles erklären? Verstehst du, du hast einmal Verbot, dann hast du es erlaubt, dann ist es, was ich meine. Du verstehst, du kannst den Koran nur durch die Sunna verstehen. Woher weißt du den Offenbarungsgrund, warum wurde das offenbart? Woher weißt du, wie man das richtig versteht, wie das von Mohammed verstanden wurde, wie das von Mohammed ausgelegt wurde, oder wie das von Mohammed angewandt wurde. Du kannst den Koran, der Koran ist gar nichts, denn ohne die Sunna, nichts. Gar nichts. Warum widerspricht er sich dann extrem, wenn du nicht die Abruktion hast und hin und her, dann verstehst du eigentlich fast gar nichts. Du musst doch überlegen, die brauchen die Hadithe, weil der Koran... Hippie. Hippie. Hippie-Muslime sind, das weißt du, so Hippie-Muslime. Genau, wollte ich auch vorhin sagen, aber ich wollte es nicht sagen, habe ich mir gedacht. Wo das Problem ist, der Koran ohne Hadithe, da fehlen zu viele Sachen, zu viele Sachen im Koran. Verstehst du, du kannst mit dem Koran alleine, bringt dir nichts. Der Glaube ist unvollständig für sie selbst. Die brauchen die Hadithe, die tun den Vollständigen. Da fehlt eine Menge, brutal viel. Warum gibt es da so viele Hadithe, Bruder? Ohne die Sünder, du verstehst das Leben von Mohammed gar nicht. Null. Deswegen. Deswegen gibt es ja auch diese Spaltung zwischen Schahiten und Sunniten. Genau. Die hassen sich doch vom Tod, Bruder. Die bringen sich jeden Tag um, jeden Tag. Weil der andere Bruder auch, der sagt, ja, die Inder töten Muslime. Das sind so diese Opfer, Bruder. Wie ist denn Pakistan entstanden? Nein, also so. Richtig. Wie ist Pakistan entstanden? Das ist halt so ein Realkonflikt, Mann. Das ist irgendein Gebietskonflikt. Er hat nicht mal so viel damit zu tun. Hallo. Hallo, Kori. Hallo. Du, ich kenne dich jetzt noch nicht lang. Meine Frau hat mir dich empfohlen. Ich habe jetzt aber ein bisschen zugehört und ich würde fragen, wie siehst du das? Ich bin jetzt aus Österreich, aber es ist ja in Deutschland und Österreich eher ähnliche Situation. Wegen der Zuwanderung und wegen Islamisierung, die heute stattfindet. Und ich bin kein Nazi, kein Rechter. Aber was glaubst du, wird das Endergebnis sein? Also wie lange wird das noch gehen? Wie weit? Wie wird das ausgehen? Ja, sehr allgemeine Frage. Ich meine, wie es ausgehen wird, wissen wir. Entweder kriegt man das Problem in den Griff oder es artet aus zu einem Bürgerkrieg und zum Versuch, eben ganz Europa gewaltsam einzunehmen. So wie die Moslems es in der Geschichte immer wieder gemacht haben und immer wieder versucht haben. Und sie selbst sagen das ja auch, dass sie das wollen, dass das ihr Plan ist, ihr Ziel ist. Und ja, was soll man dazu sagen? Sie sagen es ja selbst. Nur ein Vollidiot würde sagen, ja, nee, stimmt alles nicht, bla 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 und sich irgendwas einreden. Es ist nun mal so, wie es ist und fertig. Naja, Bruder, ich lasse euch mal weitermachen. Ihr macht diese Sache gut. Abuganja. Danke, Bruder. Wir hören uns später, Bruder. Irgendwann, ich gehe dann auch aus. Auf jeden Fall, Bruder, bleibst du, wie du bist. Du machst deine Arbeit super. Ich verfolge dich jedes Mal, Bruder. Mach weiter, so Gott segne dich. Und ich freue mich auf die nächsten Kundgebungen. Aber mit Michael machst du nichts mehr, oder? Erstmal. Wie es aussieht. Oder was denkst du? Schauen wir mal, schauen wir mal, was passiert. Schauen wir mal, was so passiert. Es ist jetzt noch vieles so im Umklagen. Schauen wir mal, wie sich das alles entwickelt. Das ist jetzt noch nicht so. Weil er hat ja wieder angefangen mit der Kundgebung. Ja, 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 aber das war so spontan. Keine Ahnung. Ich habe da nichts gehört. Keiner, deswegen, ja, warum hast du es nicht geteilt? Ich wusste gar nicht, dass da Kundgebung. Auf einmal habe ich den Kundgebung und sowas. Schließt, es war so auf einmal. Keine Ahnung. Schauen wir mal einfach, wie sich das entwickelt. Okay, danke schön, Bruder. Auf jeden Fall, mach weiter so, gell? Mach super Arbeit. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Danke, Bruder. Gott zinge dich. Gerne, gerne. Danke. Mach ich noch ein paar Superchats. Olli Schweine, dir da vielen Dank. Hallo Iban, wieder super TikTok-Zerfetzung. Ich habe mich extra für dich angemeldet und auch mitzureden. Aber man benötigt dafür 1.000 Follower. Ich habe bis jetzt 7. Ich freue mich auf ein Gespräch mit dir. Juni 2046. Schönes Christi Himmelfahrt. Morgen. Liebe du so, Olli. Ja, vielen Dank, Olli. Ja, das ist echt blöd bei TikTok, dass man da 1.000 Leute braucht, um überhaupt mitzureden. Ich frage mich ganz ehrlich, manche Leute, was für Leute reinkommen, woher die ihre 1.000 Follower haben. Irgendwelche durchgeknallt. Sekundus, vielen Dank. Bei den virtuellen Kundgebungen kommt die Superchat-Abzocke etwas zum Kurz. Was soll der Alex sagen? Verarmung durch TikTok-Streaming. Ja, wie gesagt, ich mache ja zwischendurch Pausen und ist gar kein Problem hier. Schickt eure Fragen, eure Unterstützung. Vielen Dank natürlich auch an alle Einzelnen. Zwischendurch lese ich sie vor und gehe darauf ein oder auch auf die Kommentare. und lese sie vor und beantworte sie. Danke, Nico. Vielen Dank, Nico. Hallo. Ja, also ich mache noch so, keine Ahnung, 10 Minuten oder sowas. Wir haben jetzt schon, wie lange, zweieinhalb Stunden. Wir hatten schon ein paar gute Gespräche, hat schon alles gepasst. Aber mein Akku ist jetzt bald leer und ich denke, das war ganz gut heute. Muss ja nicht immer vier Stunden und so weiter laufen. Livestream bleibt auch auf YouTube, auch online. Und, ähm, auch auf Twitch, ja, auf Twitch läuft's auch und gar kein Problem. Hallo, Isra. Hallo, hallo, Faisal. Ich und meine Jungs, also meine Truppen von der AfD, warte, wir zeigen uns mal, wir wollen dich einmal grüßen. Und natürlich, tolle Arbeit, die du machst, weißt du doch. Ja, danke dir. Es ist ein bisschen dunkel bei uns. Und? Ah, jetzt, jetzt bist du rausgegangen. Keine Ahnung, was du warst. Adam. Guten Abend, ich war vorhin schon da, ich war nur bloß weg. Ich war bloß weg, ich hab's nicht mitbekommen. Ah, okay, okay. Alles gut, ja, ja, ich hab's gesehen dann noch im Nachhinein. Ähm, ich wollte noch zu der einen Sache noch sagen, und zwar, ähm, ich verstehe es auch nicht, und ich glaube, es ist irgendwie auch deutsche Mentalität, ähm, dass so Christen sagen, oder dass man so sagen muss, ja, ähm, Liebe, und es ist alles Liebe, und man muss sich alles gefallen lassen, und so weiter, und alles. Verstehe ich auch nicht komplett. Ich glaube, es ist auch nur so in Deutschland, diese Kirchen und diese Mentalität. Ähm, wollte ich noch was dazu sagen. Ähm, es steht ja zum Beispiel in der Bibel auch, ähm, verkauft euren Mantel und kauft euch ein Schwert. Wozu ist denn überhaupt ein Schwert? Was ist damit gemein, die Passage? Es steht auch mehrmals in der Bibel beschrieben, dass die Männer natürlich, äh, die Frauen und Kinder schützen sollen. Man kann auch mehrmals in der Bibel nachlesen, dass es Gott auch veranlasst hat, Männer, dass die ihre Frauen und Kinder schützen sollen, ne, dass man sich nicht alles gefallen lassen muss, und dass man sehr wohl auch zurückschlagen kann, dass man nicht sagt, ja. Verstehst du so? Deswegen, ich verstehe es auch nicht, und ich verstehe es auch nicht in Deutschland, warum dieses, ähm, dieses, ähm, dieses, dieses komische, ja, ähm, ähm, weißt du, warum so Christen immer so auf Liebe tun und alles so quasi überall knutschen und sich bei jedem mal reinschleimen, und ich verstehe es nicht. Also ich verstehe das auch nicht, und ich glaube, dass es wirklich nur so in Deutschland so ist. Keiner, 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 keiner redet, keiner redet von, äh, offensiven Angriffskrieg. Keiner sagt, hey, ein neuer Kreuzzug und wir müssen die ganze islamische Welt komplett zerstellen. Keiner redet davon. Wir reden die ganze Zeit nur von Verteidigung, von Selbsterhaltung, Schutz der Familie, der Frauen, Kinder, der Gesellschaft, des Volkes, des Landes und so weiter. Davon reden wir. Wir reden nur von Verteidigung gegen eine aggressive, äh, Islamisierung und gegen eine, gegen islamische Aggression, ja, gegen, äh, gegen islamische Angriffe. Darüber reden wir. Und wir reden nicht von, dass wir jemanden erobern oder zwangsweise christianisieren wollen. Deswegen sind die Argumente völlig fehl am Platz. Und ich sage ganz ehrlich, mittlerweile, glaube ich, nehmen das viele einfach als Ausrede für ihre Feigheit, ja. Das sind halt viele, die, äh, natürlich ist es leichter, nur von Liebe zu reden. Natürlich ist es leichter, Konflikten aus dem Weg zu gehen und sagen, ja, nee, wir müssen einfach alle lieben und, und beten und nichts machen. Fertig. Und alles kommt von selbst. Ja, vielen Dank, Jenny. Und, und fertig. Aber so funktioniert die Welt nicht. So funktioniert die Welt nicht. Und so hat sie auch früher nicht funktioniert. Genau. Und so geht es ja auch, warum gibt es dann Polizei? So, warum gibt es dann, äh, warum gibt es dann Bundeswehr, also Soldaten und so weiter, die ein Land beschützen? Dann sagen sie dann auch, ihr könnt alle reinkommen, wenn irgendwie ein Angriff kommt. Ja, wir sind jetzt Liebe, wir können unsere Waffen nicht benutzen, weil wir müssen quasi uns, wir müssen die Feinde ja lieben. Wir können unsere Waffen nicht. Was ist das für eine, was ist das für eine Realität? Das ist einfach so sinnlos und die Logik macht einfach überhaupt keinen Sinn. Und ich verstehe es nicht. Es ist irgendwie komischerweise bei den deutschen Christen ist das irgendwie so fest verankert. Also, wie gesagt, ich finde es in osteuropäischen Ländern, finde ich es weniger, äh, definitiv. Und, ähm, da ist, da hast du halt noch dieses kulturelle halt noch dort. Du hast es halt noch da und es wird auch noch so erhalten bleiben. Und, ähm, EU ist ja auch nicht eins. Es ist ja halt auch ähnlich ein Witz. Herr Knapp. Das Interessante ist, auch die Christen früher haben das nicht so verstanden. Die Christen früher haben das nicht so verstanden. So, die hat, oh, die Türken belagern uns, ah, nee, wir machen nichts, weil wir dürfen nicht zum Schwerte greifen. Verstehst du? Auch da haben die, die Christen haben das nie so verstanden. Natürlich kannst du, ähm, quasi sagen, ich verzichte auf Gegenwehr, wie die ersten Christen, die im Römischen Reich und so weiter verfolgt wurden und dann zu Märtyrer wurden, äh, Märtyrer wurden. Natürlich kannst du das auch machen und, äh, zu Märtyrer werden und auf Gewalt verzichten und, und dich aufopfern. Und das ist auch eine starke Sache und hat einen starken Effekt. Aber es kommt immer auf die Situation an. Das, das war damals eine ganz andere Situation. Die Christen waren eben, äh, eine kleine Gemeinde, wurden verfolgt und das war damals das Beste, was sie machen konnten. Aber wenn du einen Staat hast, wenn du ein Volk hast, ist eine ganz andere Situation, da muss es Gegenwehr geben. Es muss sie einfach geben und das ist überhaupt nicht, steht überhaupt nicht zum Widerspruch. Ja, aber das nehmen die Leute einfach als Ausredner. Sie haben keinen Bock auf Konfrontation, sie sind zu feige, sie haben zu viel Angst. Es fehlt der Mut halt, es fehlt halt der Mut, ja. Es fehlt der Mut. Das ist, das ist so eine neue Masche, das ist so eine neue Masche. Ja, aber du bist doch Christ, aber dann darfst du doch nicht das und dann darfst du nicht das. Ach so, ich muss mich jetzt abschlagen. Nee, dann kommen so die ganzen Bezüge auf Aposteln und so weiter. Ja, und die haben sich ja auch allkreuzigen lassen, sterben lassen, aber die hatten ja eine andere Aufgabe. Das kannst du ja mit damals ja gar nicht vergleichen. Die Aposteln hatten eine andere Aufgabe als Menschen in einem Land, die sich natürlich verteidigen können. Und wo ja Jesus ja auch gesagt hatte zum Beispiel, gibt dem Staat, was dem Staat gebührt und gibt Gott, was Gott gebührt. Damit ist ganz deutlich gesagt, gibt dem Steuern und so weiter und natürlich könnt ihr euch auch verteidigen. Und deswegen habt ihr auch vom Staat aus ein Polizeisystem oder irgendein Verteidigungssystem und so weiter. Sonst kann das ja auch nicht funktionieren. Sonst könnten wir ja auch einfach die Polizei abschaffen. Völlig richtig. Du sagst das völlig richtig. Und vor allem, was wir auch nicht vergessen dürfen, es ist ja auch kein christlicher Gottesstaat. Wir können nicht alles immer nur auf das Christentum beziehen, sondern wir reden hier auch von Politik. Und wir reden hier von einem Volk, unter den Deutschen sind doch Atheisten und alles Mögliche. Deutschland ist ja Atheistisch, hat ja nichts mehr mit Christentum zu tun. Ist ja überwiegend atheistisch, ist nur christlich angelehnt. Und viele, wenn du auf die Straße gehst, frag doch mal die Jüngeren unter 20, was überhaupt Weihnachten ist oder was Ostern ist. Das können die meisten gar nicht mehr beantworten. Das ist halt ein reiner Fakt. Wie gesagt, es gibt halt auch diesen Aspekt des Staates, der Politik, des Säkularismus, dass ein Staat einfach zu handeln hat. Aber wie gesagt, ich sehe es auch nicht als Widerspruch. Und ja, das ist die Sache. Du hast es eh gut gesagt. Und diese lächerliche Fragen mit Hitler und so weiter. Was habt ihr damals gemacht? Das kannst du erst recht gar nicht ernst nehmen. Ich wusste gar nicht, dass Hitler ein Christ war. Hat er sich jemals zum Christentum benannt? Ja, er war halt auf dem Papier katholisch, als Oberösterreicher war auf dem Papier katholisch. Aber man weiß selbst, seine Positionen zum Christentum, seine Sympathie zum Islam, seine Haltung zum Christentum, das ist doch alles bekannt. Wie oft muss man das durchkauen, bis diese Leute, dieses Checken, dass du Holocaust und Christentum oder allgemein Europa und so weiter, überhaupt nicht logisch in irgendeiner Verbindung bringen kannst. Das ist ein Schwachsinn, sondern dergleichen. Ja, es ist, wie gesagt, es sollte auf jeden Fall mehr Mut da sein, definitiv. Und wir werden sehen, wie der eine schon gefragt hatte, wie wird es weitergehen. Ja, wahrscheinlich mehr und mehr Konfrontationen und so weiter. Definitiv, weil in einem Land, wo es halt keine Gemeinsamkeiten gibt und das halt so komplett gespalten ist, hat halt keine Zukunft. Kannst du ja da nicht geben so. Keine Zukunft, keine Gemeinsamkeiten, nichts. Da ist halt nichts. In Deutschland hast du ja keine Gemeinsamkeiten in dem Sinne. Das ist halt jeder gegen jeden, mehr oder weniger, viele Gruppierungen, viele, viele Gruppierungen, ja, rechts irgendwie und links und da und wie sich das alles nennt und Islam und jeder lebt für sich, Egoismus hier. Das hat keine Zukunft. Kannst du, keine gemeinsame Basis. Auf sein Land stolz darfst du ja nicht sein, sonst bist du gleich ein Nazi. Das nennt man so, ja. Ja, wie gesagt, ich würde es nicht, ich sage nicht, dass deine Analyse nicht stimmt, aber ich finde trotzdem wichtig, dass wir optimistisch bleiben. Leider, die Sachen, die du aufziehst, stimmen, aber es muss nicht immer so bleiben und man kann sich verändern und es gibt noch einen Teil in der Bevölkerung, der nicht so ist und es gibt Hoffnung und ja, einfach weitermachen. Es gibt Hoffnung, meiner Meinung nach gibt es Hoffnung in ostdeutschen Ländern so, da sehe ich halt definitiv Hoffnung. In Westdeutschland sehe ich, glaube ich, keine Hoffnung mehr so richtig, das sage ich ganz ehrlich. Also es ist so wirklich so, wenig, wenig Hoffnung. Nee, Adam, vielen Dank, danke dir, Adam. Okay, einen schönen Abend. Danke dir auch. Ciao. Ja, ich meine, es sind noch einige Superchats reingekommen, vielen, vielen Dank an alle. Ja, ihr wollt nur TikTok-Zerfetzung verlängern mit euren Superchats. Capitalism, vielen Dank. Moin, ist Selna eigentlich völkisch und was hältst du vom Volkslehrer? Ja, ich würde schon sagen, dass Selna völkisch ist. Wobei, wie definiert man das völkisch? Aber ja, so was wir jetzt darunter verstehen, ja, also er ist sicher völkisch. Stefan, Robert, vielen Dank, Servus. Was mir manchmal zu wenig... Ah ja, was hältst du von Volkslehrern? Das habe ich schon oft beantwortet. Ich kenne seine Sachen nicht so, bin nicht so ein Fan. Ja, er ist ja... Keine Ahnung. Ihr kennt die ideologischen Unterschiede und ich weiß gar nicht, was er macht, verfolgt es gar nicht. Und ja. Stefan, vielen Dank, Servus, was mir manchmal zu wenig erwähnt wird. Völlig egal, was in den Büchern steht, ob Koran oder Bibel, es spielt keine Rolle, was dort steht. Fakt ist, was im Koran steht, wird ausgeführt. Das allein zählt und der Rest ist ausweichend. Ja, völlig richtig, Stefan. Genau darum geht es. Deswegen diskutiere ich auch nicht über die Frage, hat Mohammed überhaupt existiert? Wen interessiert es, ob Mohammed existiert ist? Fakt ist, Milliarden oder alle Moslems glauben dran. Und Leute führen Morde aus, aufgrund dieses Glaubens. Leute führen Kriege oder ganze Völker führen, muslimische Völker führen Kriege und so weiter. Es ist völlig egal, ob Mohammed nur ein Hirngespinst ist oder ob er wirklich existiert hat. Er ist zur Realität geworden. Und genau das war es wie... Es ist vollkommen scheißegal. Fakt ist, es gibt genügend Leute, es gibt genügend Leute, die es machen. Ja, die danach handeln. Und das ist das Problem. Alexander Juth, vielen Dank. Ab morgen, also gleich Geburtstag, hoffentlich bin ich zur Freitagspredigt wieder fit. Vielen lieben Dank, Alexander Juth, Top Nummer 1 Unterstützer. Dir alles Gute schon mal zum Geburtstag, Alexander. Und ja, morgen singen wir dann nochmal Happy Birthday während der Freitagspredigt für Alexander. Trans-Imamen, vielen Dank. Amir ist gerade auch bei TikTok Live. Kannst du ihn bitte beitreten oder einladen? Wann macht ihr wieder gemeinsam YouTube oder so? Ja, schauen wir mal, schauen wir spontan, schauen wir spontan. Serbischer Geheimdienst, vielen Dank. Hi, Edvan, ich bin ein Migrant und meine Freunde sagen, ich sei rechts. Ich versuche ihnen Dinge zu erklären, damit es Deutschland besser geht. Doch manchmal denke ich mir, warum mache ich das eigentlich? Wenn die es nicht sehen wollen, geht es dir manchmal auch? Ja, ich kenne das Gefühl, ich verstehe, was du meinst. Ja, warum mache ich das eigentlich? Für wen mache ich das? Wenn um dich herum nur undankbare Menschen sind, du quasi allein dastehst, angefeindet wirst, dir Leute aus den eigenen Reihen in den Rücken fallen und du das Gefühl bekommst, für wen mache ich das? Danke, Frauenrechte. Ich kenne das Gefühl, aber trotzdem. Ich meine, man soll natürlich auch auf sich schauen. Ich sage nicht, man soll nicht auf sich schauen. Schau doch auf euch und du sollst es nicht, dein Leben vollkommen den Bach untergehen lassen und sagen, ja, ich opferde mich auf. Wenn du willst, kannst du es machen. Ja, klar, es ist jedem selbst überlassen. Man soll natürlich auf sich schauen und was Sinnvolles auch machen für die Gemeinschaft, für das Volk, für die Ideale, an die man glaubt. Aber man sollte sich jetzt nicht so von dem Gefühl, natürlich jetzt nicht so beherrschen lassen, aber es ist natürlich nachvollziehbar, gut nachvollziehbar, dass manche dieses Gefühl haben. Serbischer Geheimdienst. Ah ne, da hatte ich schon, Stefan nochmal. Zur Frage vorhin, warum die Leute hier so defensiv und freiwillig ergeben sind. Es ist auch Teil der Mentalität. In vielen Teilen der Welt sind die Menschen schlichtweg temperamentvoller und direkter. Das wird gern mit Bushaftigkeit verwechselt. Ja, es ist halt so verpönt in Deutschland. Und sobald man emotional wird, so, oh, oh, das ist aber jetzt nicht mehr so sachlich. Uh, jetzt hat man die sachliche Ebene verlassen. Und wenn jemand komplett so langweilig so, Hans-Michael Löhne-Pattberg-Stil macht, ja, dann sagt man, dann feiern das solche Leute. Oh, das war ja ein klasse Vortrag. Sehr unaufgeregt und toll. Das ist dann so, ne, 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 das nehme ich nicht an. Das ist dann unaufgeregt und toll, sowas. Ja, sowas ist unaufgeregt und toll, wenn man die Leute zum Einschlafen bringt. Ich meine, manchmal mag ich auch solche ruhigen Vorträge oder sowas. Das ist ja kein Problem. Aber es kommt immer aufs Publikum an, aufs Format an. Aber, ähm, danke Frauenrechte, aber es ist halt so eine Mentalitätssache, dass manche das so ein bisschen so verpönt sehen, wenn man jetzt so ein bisschen wie ich mal so laut wird oder mal auch derbe Sprache benutzt oder was weiß ich. Ist halt für manche so ein bisschen so unseriös. Ja, aber ist mir halt auch egal. Es kommt darauf an, was sinnvoll ist, was sinnvoll ist, was wirkt und was nötig ist. Und ob es dem einen zu aggressiv ist oder zu laut oder zu aufgeregt und so weiter. Alles für Geschmackssache. Alles Geschmackssache. Wenn ich jetzt anfangen würde, es dem recht zu machen oder was weiß ich was, du kannst es nicht allen recht machen und fertig. Also, so ist es und, 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 ja. Ja, sollen wir noch kurz weitermachen? Was ist das? Superchats gibt es keine mehr. Vielen Dank, Wahrheit ist hier. Danke, danke auch an alle bei TikTok. Ah, ich wollte jemanden reinholen, jetzt habe ich vergessen. Georg, ah, Georg Kastriot hat sich gemeldet. Ja, ich wollte dich fragen, was seine Gründe an Gott zu glauben sind. Was meine Gründe an Gott zu glauben? Ja, welche Gründe hast du? Oder, ja, halt. Du bist Atheist oder wie? Das ist auch mein Glauben, ich bin auch unentschlossen. Schau mal, jeder hat unterschiedliche Gründe. Es gibt viele Gründe, dass man sagt, also was ja auch bei mir jetzt zum Beispiel ist, dass man Gott einfach spürt, ja, dass man spürt, dass Gott da ist. Dass man das jetzt nicht so erklären kann, aber du weißt, ich wurde erschaffen, jemand hat mich erschaffen, ich bin ein Geschöpf, welches erschaffen wurde, also muss es auch ein Schöpfer geben, der mich erschaffen hat. Ja, dann, dass du Gott spürst, auch wenn du ihn nicht siehst oder sonst was, dass du Gott spürst. Die ganze Schöpfung ist ein Beweis für sich. Aber schau, es ist leichter, wenn du zum Beispiel jetzt zweifelst oder auf der Suche bist, dass du zum Beispiel sagst, warum zweifelst du? Zum Beispiel jetzt, warum zweifelst du, dass es Gott gibt? Oder was fällt dir schwer, an Gott zu glauben, andersrum? Was mir schwerfällt, sind die heiligen Bücher. Also die Bibel ist ja nicht federlos, der Koran ist auch nicht federlos. Und das sind halt so, ich weiß nicht, das sind so Kindergeschichten, die dort verbreitet werden, die halt eigentlich mit Wissenschaft und Logik gar keinen Sinn ergeben. Was zum Beispiel in der Bibel? Zum Beispiel die Schöpfungsgeschichte oder die Arche Noah. Schau, das ist halt die Frage, du sagst, das ist nicht im Einklang mit der Wissenschaft und was weiß ich was, aber du gehst halt davon aus, für dich ist halt die Wissenschaft unangefochten die Wahrheit. Und wenn das denen widerspricht, dann hat das Fehler. Das ist halt deine Perspektive. Oder nicht? Also es ist ja wissenschaftlich bewiesen, dass es keine weltweite Flut auf der Welt gab. Ehrt sich die Wissenschaft oder ist die Wissenschaft immer, 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 liegt die Wissenschaft immer richtig? Nein, natürlich nicht. Die Wissenschaft... Das haben wir geglaubt, jetzt ist was Neues, jetzt haben wir neuen Kenntnisstand jetzt... Nein, 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 nein. Die Wissenschaft entwickelt sich ja immer weiter und anders als... Oh mein Gott, warte kurz. Und anders als Religion und heilige Bücher setzen sich ja, setzt sich die Wissenschaft ja nicht fest. Die Wissenschaft entwickelt sich immer weiter und es werden immer weiter neue Erkenntnisse gewonnen und bla bla bla. Ja, aber schau mal, im Christentum, im Christentum, es heißt ja nicht, es steht ja nicht so, dass, es ist ja nicht so, dass die Bibel, wie soll man sagen, für alle Zeiten immer die neuesten Erkenntnisse bringen soll. Die Bibel ist ja quasi, soll dir, soll aus dir einen besseren Menschen machen, soll dir vermitteln, was Gott von dir will, warum du es erschaffen hast. Und es ist quasi eine Anleitung. Es ist nicht, weißt du, ich meine, es allein zu vergleichen mit wissenschaftlichen Büchern, halte ich schon für falsch. Verstehst du, das ist ja nicht das Ziel der Bibel, dir jetzt irgendwelche wissenschaftlichen Erkenntnisse beizubringen. Ja, natürlich, nein, 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 das ist ja auch nicht... Moralisches Gerüst zu geben, das sind ja eher, da liegt der Fokus und da würde ich mich auch fokussieren. Ja, ja, aber ich würde gerne daran glauben, aber diese wissenschaftlichen Fehler sind halt so, ich weiß es nicht so, zu sagen, dass die Erde 6.000 bis 10.000 Jahre alt ist, ist falsch. Dass das gesamte Universum in 6 Tagen erschaffen wurde mit all ihren Tieren, ist halt auch falsch. Und ich weiß halt nicht, was die Idee von Gott war, Menschen diese Bibel zu erzählen. Du sagst, du sagst, das ist falsch? Ich meine, warum soll jetzt die Erde nicht in so vielen Tagen erschaffen worden sein? Was kannst du dir da jetzt nicht vorstellen darunter? Ja, wir wissen ja, wie unser Sonnensystem erschaffen wurde. Und in der Bibel steht, glaube ich, am ersten Tag hat Gott die Erde erschaffen, glaube ich, und danach, zwei Tage später, hat er die Sonne erschaffen. Das stimmt ja nicht. In echt war ja zuerst die Sonne da und danach hat sich halt alles so gedreht und bla bla bla, Planeten entstanden. Und das ist ja auch mehrfach bewiesen. Ja, auf wie viele Sachen, auf wie viele Sachen, zum Beispiel jetzt, warum suchst du? Du sagst doch hier, Wissenschaft erklärt alles und so weiter. Warum bist du suchend? Irgendwas fehlt dir oder nicht? Irgendwas, irgendwas spürst du, dass das nicht alles ist oder nicht? Wie meinst du das? Ja, du sagst ja, du bist auf der Suche. Du bist auf der Suche. Jemand, der sagt, hier, ich bin überzeugt, es gibt keinen Gott, der sucht ja nicht mehr. Der sagt, ja, ich bin überzeugt, es gibt keinen Gott. Ja, aber ich bin ja nicht überzeugt, dass es keinen Gott gibt. Ja, siehst du, also bist du ja auf der Suche. Das heißt, diese Wissenschaft füllt dich nicht aus. Sie gibt dir keine, was weiß ich, sie füllt dich nicht aus. Sie gibt dir keine Zufriedenheit, keine Ruhe im Herzen, dass du sagst, so, ich bin entspannt, alles passt, ich sterbe irgendwann und dann war es das. Sondern du suchst weiter. Eigentlich gibt mir das relativ viel Ruhe, weil als Kind hatte ich super Angst vor der Hölle und ich hatte Angst für Ewigkeit in der Hölle zu brennen, weil ich, keine Ahnung, Gott irgendwas Unrechtliches gemacht habe. Und seitdem ich halt nicht mehr so an Religionen festhalte, habe ich halt nicht so viel Angst für Ewigkeit zu brennen. Okay, aber hier fängt es schon an. Du warst Moslem dann, oder nicht? Nein, ich war Christ. Du warst Christ. Und im Christentum wird ständig gedroht mit Hölle und Angst und Schmerzen und was weiß ich. Nein, aber es gibt ja eine Hölle im Christentum, oder? Ja, klar. Ja, und wer wird da reingeschickt? Sag mir das bitte. Ja, schau mal, so Fragen mag ich nicht, wie du die Art und Weise wieder vermischt hast. Glaubst du, warte andersrum. Glaubst du, dass es eine höhere Gerechtigkeit gibt? Zum Beispiel jetzt, wie viele Leute machen viel Unrecht und sie werden hier nicht dafür belangt sterben und was dann? Sie werden nicht zur Rechenschaft gezogen. Sie hatten Glück und sind davon gekommen. Ja, hatten halt Glück. Also wenn der Staat sie nicht erwischt oder die Polizei oder irgendwas, dann sterben die halt einfach und das war's dann. Und ihre Geschichte ist vorbei. Ja, also ich kann jetzt alles Mögliche machen und wenn ich Glück habe und im irdischen Leben nicht bestraft wird, dann sterbe ich und ich hatte Glück und bin davon gekommen und ich hab dann nach... Nein, du musst ja mit deinen... Du bist selber für deine Taten verantwortlich und du musst selber mit deinen Taten zurechtkommen. Ja, aber keiner... Es zieht mich ja keiner zur Verantwortung. Nach dem Tod ist doch nichts. Keiner zieht mich zur Verantwortung. Ja, natürlich. Ja, weil... Aber wie kann dich denn jemand zur Verantwortung ziehen, wenn du nicht mehr da bist? Also du bist dann weg. Du bist nicht existent mehr. Glaubst du... Also du bist nicht mehr existent. Ich glaube an kein Leben. Du redest jetzt nur von der Materie. Glaubst du, dass du sowas wie eine Seele hast oder glaubst du, dass du nur als Körper, als Materie existierst? Also Seele zu definieren ist halt sehr kompliziert. Ich weiß halt nicht... Kannst du mir sagen, was eine Seele ist? Erzähl mir, was genau eine Seele ist. Ich kann dir nicht sagen, was genau eine Seele ist. Ich kann dir meine Meinung sagen, wie ich das sehe. Und ich sehe das so, dass wir eine unsterbliche Seele haben und nicht nur der Körper. Der Körper stirbt irgendwann, aber es ist nicht das Ende, sondern deine Seele lebt dann quasi weiter. Das ist das, was ich glaube. Ja, daran kannst du auch sehr gerne glauben. Niemand hindert dich daran, aber genauso glaube ich nicht daran, dass unsere Seele dann irgendwie noch da... Schau mal, hey, warte. Schau mal, ich suche keine Antworten von dir. Du fragst mich und bist an meinen Livestream gekommen und du stellst mir Fragen. Und ich sage dir meine Meinung. Ja, ja, alles gut. Ich muss mich missionieren oder sonst was. Und du sagst, ja, ich glaube nicht. Du kannst glauben, was du willst. Du hast mich gefragt und ich antworte dir, wie ich das sehe und was ich glaube. Und was du glaubst oder so, ist es dir dann überlassen. Verstehst du? Ja, aber du glaubst dann, dass wir nach unserem Tod entweder in Himmel oder Hölle kommen, oder? Ja, ich glaube, dass wir zur Rechenschaft gezogen werden nach unserem Tod und das bekommen, was wir verdienen. Was? Jemand hat in den Kommentaren geschrieben, dass ich ein Linker bin. Aber ich bin keiner. Dass wir das bekommen, was wir verdient haben. Dass wir das bekommen, was wir verdient haben. In welcher Form. Das entscheidet Gott. Ob das oder so. Das entscheidet Gott. Man bekommt das, was man verdient hat. Glaubst du an alles, was in der Bibel steht? Oder gibt es ein paar? Ja, das führt jetzt zu weit. Ich habe jetzt hier noch Fragen und so weiter. Das sind jetzt eher so philosophische Sachen und so. Ja, okay, okay. Dann letzte Frage. Was ich dir empfehlen würde, was ich dir empfehlen würde, schau dir doch einfach Videos dazu an. Zum Beispiel, du sagst, ja, da ist ein Widerspruch. Dann gib doch einfach auf YouTube ein und schau dir mal so, wie wird das aus christlicher Perspektive. Ich meine, es gibt so viele Videos. Es gibt so viele Videos, wo das genau erklärt wird, dass es keinen Widerspruch gibt zwischen, oder es muss keinen Widerspruch geben zwischen Glaube und unsenschaftlichen Erkenntnissen. Ja, dass das auch harmonieren kann. Und schau dir einfach die Videos dazu an und überzeug dich selbst. Verstehst du? Ich mag das nicht, dich von irgendwas zu überzeugen oder sonst was. Ich bin kein Missionar. Verstehst du? Das musst du dann entscheiden. Informier dich einfach und entscheide du, was du für richtig hältst. Ja, dann wollte ich... Also letzte Frage noch. Glaubst du, dass der christliche Gott im Alten Testament gerecht war? Dass er dieselbe ist wie im Neuen Testament. Ja, glaube ich. Ich glaube, ich weiß auch, was als nächste Frage ist. Doch, doch, weiß ich schon. Nein, das war nicht meine Frage. Ich habe gefragt, ob der Gott im Alten Testament gerecht war. Ein gerechter... Ja, ich glaube auch. Ja, Gott ist gerecht. Gott ist immer gerecht, ja. Dann, was mich auch halt ein bisschen zurückhält vom Christentum, ist die Geschichte von Moses. Also, die Geschichte von Moses ist ja so, dass Gott ihm, glaube ich, die zehn Plagen gegeben hat, wodurch er die Hebräer von der Sklaverei der Ägypter befreien konnte, oder? War doch ungefähr so. Und da frage ich mich halt, wieso hat sich Gott nicht immer eingemischt bei der Sklaverei, sondern nur bei den Ägyptern. Also, das heißt ja, ihm... Oh, Google, Google, forsche dazu nach und du wirst die Antwort finden. Nein, man muss ja nicht dafür forschen. Man muss ja nicht dazu forschen. Das ist ja eigentlich klar, dass entweder die Geschichte falsch ist oder es keinen Gott gibt, weil das Gott einfach... Du stellst deine... Schau mal, du frisst gerade einen Monolog. Du stellst deine Frage und du beantwortest dir jetzt selbst deine eigene Frage und erklärst, warum du an das glaubst. Verstehst du? Das ist deine Sache. Glaub weiter dran, aber darum geht es jetzt nicht. Wie gesagt, forscht nach, beschäftige dich damit... Ja, habe ich doch, aber... Okay, beantworte mir. War das von Gott gerecht? Ja gut, aber... Nein, 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 ich wette... Nein, 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 ich wette... Du hast keine Antwort auf meine Frage, also... Ich habe Antwort... Schau mal, das ist... Schau mal, jetzt wirst du... Jetzt wirst du unverschämt. Jetzt wirst du unverschämt einfach. Ja, ja. Okay. Das ist... Alles Gute dir, beschäftige dich weiter damit und zu... Ja, glaub an deine Hörsen. Viel Spaß, genau. Jetzt zeigst du dein wahres Gesicht. Er fängt an wie eine Katze und am Ende wird er zum Löwen. Glaub an deinen Hörsen und so weiter. Die Leute beschweren sich über Missionieren, aber sie wollen missioniert werden. Sie stellen Fragen und wollen eine Antwort haben. Wenn du dann was sagst, ja, ich will aber nicht missioniert werden, lass mir doch meinen Glauben. Ich glaube aber nicht an eine Seele. Ja gut, dann glaub nicht an eine Seele. Ich zwinge dich nicht an eine Seele zu gern. Glaub an, was du willst, Mann. Wenn du forschen willst, wenn du philosophische Fragen hast oder für dich es wieder Widersprüche gibt, dann forsch nach. Ich bin kein Universalgelehrter, der dir jetzt all deine Ungereimtheiten, die in deinem Kopf existieren, jetzt ausräumt. Das sehe ich nicht als meine Aufgabe und warum sollte ich mir überhaupt die Aufgabe machen? Kodei99, vielen Dank. Wo Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Nach Papst Leo. Bitte kein Haschisch und Depression damit kaufen. Danke und Liebe. Vielen, vielen Dank. Ich habe jetzt auch nicht mehr so viel Prozent, ja, 10 Prozent noch. Jürgen Lusenski. Ich habe eigentlich Powerbank, aber ich habe vergessen, diese Powerbank aufzuladen und deswegen kann ich jetzt da nicht weiterladen und so steckt, also es ist zu weit und so kompliziert. Jürgen Lusenski, vielen, vielen Dank. Macht doch vielleicht mal ein Streitgespräch mit Dubravko Mandic zum Thema Taktisches Bündnis mit muslimischen Migranten. Wäre Balkan Blutsport? Ja, ich kenne die Meinung von Dubravko Mandic in der Sache und wie gesagt, meine Meinung dazu kennt ihr ja schon. Und ja, das ist absoluter Schwachsinn und ich kenne auch seine Argumente in Bezug darauf und die sind auch schwach und die unterscheiden sich jetzt nicht von den Scheinargumenten, über die ich schon ausreichend gesprochen habe. Ja, also wir haben hier auch, wir haben hier ein breites Publikum und... Ja, Violetta. Hallo. Hallo, Violetta. Ja, ich würde sagen, dass wir an der Stelle beenden, wenn wir jetzt keine... Kein... 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 Kein Superchat oder Fragen oder sonst was... Allein kommen. Ne, ne, ich wollte heute eh nicht so lang machen, wir sind schon drei Stunden, das reicht schon. Hallo, ihr von guten Abend. Hallo, hallo, guten Abend. Hi, hallo, guten Abend. Möchtest du noch was sagen? Ich? Ja, ich wollte so viel sagen, aber die sind alle weg. schnell schnell die themen die schnell die themen abarbeiten heute ist was bestimmt zu den typen sagen wegen bibel und moses und so weiter ja zu dem und zu dem der da schon vor da war er hat auch viel blödsinn geredet über die bibel und das problem ist dass sie nicht verstehen wie die bibel aufgebaut ist und dass sie so sachen sagen wie schwert und das schwert ist das wort gottes das ist sein schwert nicht wie im islam ein wahrhaftiges schwert das gehört zu der waffenrüstung gottes und das ist einfach nur das wort gottes gemeint und nicht krieg führen und sowas und nächstliebe in der form ihr fand ist gemeint eben nicht dass man sich alles gefallen lassen soll in der form aber auch nicht dass man im krieg und so zieht und menschen abschlachtet wie der islam das einfordert verstehst du weil was was haben wir für einen lohn wenn wir nur die lieben die uns auch lieben gar nichts das kann jeder gut das sind jetzt zwei verschiedene sachen das habe ich erklärt dass mit gewalt habe ich ja gesagt es geht nicht darum anzugreifen oder irgendwelche leute zu töten oder lust an krieg zu haben sei es geht um verteidigung wo ich keinen widerspruch zum glauben sehe ja das ist das eine und ja das habe ich erklärt und das mit liebe ja gut keine ahnung weiß nicht ja das kommt doch eher von du bist am anfang das kommt noch du sagst das ist vom glauben dass man alle lieben muss auch die moslems muss man lieben den menschen nicht die ideologie dahinter weißt du ja richtig aber es geht ja darum dass wir einen geistigen kampf führen es steht ja geschrieben wir kämpfen nicht gegen fleisch und blut sondern gegen die gefallenen dämonen das ist ein geistiger kampf diese menschen verfolgen eine satanische ideologie egal welche religion ich lehne komplett alle region ab jeder der mich hier so ein bisschen kennt und meine sachen hört weiß dass ich wirst du wie führst du den kampf gegen leute die du liebst ich bekämpfe leute die ich liebe aber das ist ja genau das liebe deine feinde in der form gemeint weil wir nicht gegen fleisch und blut kämpfen sondern gegen die gefallenen finsteren dämonischen geistigen welt und deshalb sagt ja jesus christus ich kämpfe eure kämpfe das heißt wenn du mit einem menschen diskutieren gehst musst du immer im gebet vorher jesus christus bewusst einladen weil wir kämpfen nicht gegen den menschen den wir sehen vor uns sondern ist ist die dämonische geistige welt verstehst du und wir können nicht im fleisch gegen einen anderen im fleisch rum diskutieren das bringt überhaupt gar nichts das bringt keine frucht frucht bringt es erst dann wenn du gott einlädst und sagt jesus christus hilf mir in dieser diskussion mit diesen menschen und komm du mit einem wort und deinem geist so muss die finsternis weichen deshalb ist ja sein wort das schwert es ist schärfer als jedes zweischneidige schwert wenn du biblisch fest wirst und du wächst in deinem glauben dann wirst du das merken dass wenn du mit gottes wort arbeitest dass der feind weichen muss hat keine andere wahl geht nicht weil er hat keine chance gegen gott dem wahrhaftigen wenn ich diskutiere mit moslems dann diskutiere ich quasi in auf einer art und weise dass ich gottes wort mit reinnehmen ja in in gebet und glauben dass wir machen sich darüber lustig die machen sich drüber lustig sagen schwachsinn blablabla und ja ok aber sollen sie doch lustig machen ist doch egal stehe ich drüber sie weichen ehrlich wie sagst du ja so in dem sinne sie weichen schau man kann die auch so argumentativ zerlegen ich meine ich weiß dass du das verbindest mit missionierung aber man kann auch jemanden zeigen dass sein islam schwachsinn ist ohne dass man gleichzeitig sagt so so und so und du musst aber christ werden oder du musst an jesus christus glauben und so weiter verstehst du das sind ja das sind für mich zwei verschiedene sachen das sind ja auch man kann ja jemanden auch man kann ja jemanden auch widerlegen argumentativ ohne ihn jetzt glauben zu überzeugen ja aber du solltest ja nicht das ding ist guck mal erfanden die aufgabe die ein christ hat ein nachfolger jesu christi ein von neuem geborenes kind gottes ist unsere aufgabe als allererstes das evangelium der menschheit also den menschen zu verkündigen und gott zu bezeugen der nächste schritt ist du sollst nicht mit der finsternis gemeinschaft haben sondern du sollst sie aufdecken und das ist eben genau das alle religionen sind von satan in diese welt eingeflochten worden und das ist die aufgabe eines kristen ja okay aber man ist ja auch nicht nur christ man ist ja auch staatsbürger man ist mensch man ist aktivist aber er von ein christ der von neuem geboren ist den heiligen geist empfangen hat der ist kein bürger dieser welt mehr sondern dass du als christ darfst du dann über gar nichts du darfst über politik nicht reden du darfst nur noch über glauben reden als christ es geht nicht darum was du darfst sondern deine prioritäten verändern sich einfach komplett weil du bist nicht mehr von dieser welt jesus christus hat gesagt ich habe rausgeholt es sind für mich zwei verschiedene sachen natürlich freue ich mich wenn jemand christ wird und natürlich freue ich mich wenn ein ex moslem aus dem islam rauskommt und christ wird natürlich freue ich mich aber ich freue mich auch wenn einer nur aus dem islam rauskommt und nicht direkt zum glauben wird weil ich mir denke er hat sein leben verbessert ob er jetzt zu gott findet oder nicht das ist seine aufgabe ist nicht mehr meine aufgabe aber genau das ist seine entscheidung was er dann macht ja aber das ist ja genau das erfahren das ist ja genau das das heißt ja missionieren dass du das evangelium den menschen mit gibt das ist die grundbotschaft so ob dieser mensch man ist ja nicht gezwungen in jedem gespräch in jeder diskussion in jeder auseinandersetzung zu missionieren du siehst das als zwang das ist für mich kein zwang das ist für mich wie soll ich sagen standard das ist für mich das wichtigste den menschen das evangelium mitzugeben weil das die wahrheit ist und gott sagt ja auch wenn sei es gelegen oder ungelegen sollen wir den menschen die wahrheit verkündigen egal in welcher situation das hat damit nichts zu tun sondern es gibt es gibt themen außerhalb es gibt themen die außerhalb des glaubens sind und nicht direkt den glauben berühren darum geht darum geht es verschießt es gibt gewisse sachen durch illegale migration illegale migration das hat nichts direkt mit glauben zu tun wenn ich mich jetzt engagieren und sage ich bin gegen illegale migration und so weiter dann hat das ja nicht direkt was mit glauben zu tun du verstehst nicht was ich meine erfahrung der christ noch mal noch mal der christ der wiedergeboren ist der hat seine priorität im evangelium das ist nummer eins die anderen dinge die gehören mit zur aufklärung islam aufklärung religion allgemein gar keine religion ist mit und von gott nicht eine einzige weder katholizismus noch orthodox noch zeugen jehovas noch islam noch buddhismus nichts das ist alles klar violette das ist das meine ich darüber reden wir überhaupt nicht so ja aber das meine ich das hat erstmal nicht glaubst du nicht wenn man egal über welches thema man redet sofort auf den glauben kommt glaubst du dass es ich nicht dass du damit die leute in den glauben bekommst verstehst du weil genau das stört ja viele leute dass wir reden jetzt darüber und kommt direkt auf den glauben natürlich kann man den glauben immer irgendwie reinbringen und missionieren ich habe auch nichts gegen missionierung das ist ja auch gut sage ich ja nichts dagegen aber egal bei welchem thema ist direkt in die glaubens dinge auf die glaubensschiene zu führen bringt viele leute weg ist meine beobachtung bringt die leute eher weg und ich ich bin überzeugung man muss den leuten auch ein freiraum gehen man muss die leute bisher noch frei lassen dass er sich selbst gedanken macht schaut überlegt und ab und zu bringst du was rein ab und zu bringst du was rein aber wenn du die ganze zeit nur damit kommst und vor allem immer mit den selben sachen und so weiter das ist halt die sache verstehst du das mag ja sein aber das ist doch nicht das ziel ist doch nicht das ziel die leute vom glauben weg zu bringen oder nicht natürlich nicht aber das ist ja das ding verstehst du ich bin von neu geborenes kind gottes ich habe den heiligen geist empfangen so und dieser geist ist es der mich führt und mir genau auf zeigt wie soll ich stellst dich selbst ins zentrum verstehst du du stellst dich damit sind wenn ich jetzt sagen schau leute ich bin wieder geborener christ ich will nur noch über den glauben und ich rede über glauben glauben die ganze zeit dann stelle ich mich ins zentrum und ich mache das was mir gefällt was mein glauben stärkt aber die frage ist ja du es geht ja darum andere leute ins zentrum zu stellen was ist für die anderen gut wie helfe ich den anderen leuten und genau das ist das damit hilfst du den anderen leuten indem du ihnen die wahrheit sagst und gottes wort kommt der kärtner die wahrheit auch auch schon mal mit violetta die die wahrheit hat auch seine zeit wenn jetzt einer kommt und du redest mit ihm der mundgeruch das ist die wahrheit dass der mundgeruch hat aber wenn ich jetzt vor mir ist und ich sage mir boah du hast mundgeruch ist es richtig dass ich ihm die wahrheit jetzt in dieser situation gesagt habe nein weil ich schrecke ihn ab und er sagt er ist beleidigt und will nichts damit zu tun nur weil etwas die wahrheit ist heißt es nicht dass man es bei jeder sache ständig den leuten quasi sagen muss verstehst was ich meine das braucht alles auch gefühl und und natürlich wie war es jemand bereit war nicht wie was wir ja nicht waren einer bereit ist weil wir kennen ja nicht das herz des menschen wir sollen ja aber ich spüre ich das spüre ich bin einer man muss das mit finger spritzengefühl man das stimmt ja schon du gehst ja nicht mit der tür ins haus das macht ja das macht ja also kein mensch also ich zumindest nicht ich fall nicht mit der tür ins haus okay mein tiktok content ist so dass ich den herren verkündigen und bezeuge aber ich zwinge es ja niemanden auf mir zuzuhören das ist genauso wie deine aufklärung du klärst auch auf es sind harte fakten und du wirst trotzdem beleidigt und blöd angemacht obwohl wieder auch die wahrheit spricht also das ist dasselbe in grün ich spreche auch nur die wahrheit und werde hier auch von leuten die sich christ nennen auch beleidigt weil sie katholiken sind und ich gesagt habe weil hier ganz viele schreiben violette hat sich mit maria gleichgestellt ja weil maria waren völlig normaler mensch sowie alle anderen menschen immer noch aber das versteht ja aber das ist eine katholiken einen katholiken zu sagen ja maria war ein völlig normaler mensch wie jeder andere das ist so das sagt das wort gottes maria war eine frau wie jeder andere jeder andere kein unterschied kein unterschied sie war von gott aus erwählt den sohn gottes zu gebären aber sie war ein sündiger von gott aus aber jeder frau die aus guck mal er verlass ich mal bitte ausreden also nicht mal dass man das last last nein du brauchst du nicht erklären lass mich ausreden eine frau die dazu aus erwähnt ist den sohn gottes zu gebären ja nicht wie jede andere frau wieso denn ist nicht weil sie dazu aus erwähnt wurde den sohn gottes zu gebären okay gut aber war sie eine sünderin so wie jeder mensch oder war sie sündlos wie jesus christus das ist eine andere frage aber wenn du mit katholiken diskutiert und du weißt welche mein oder wie katholiken maria sehen gleich ins gesicht zu knallen maria ist wie jeder andere maria ist gar nichts maria ist wie jede andere frau wie ich halte ich für falsch den leuten so das gegen das gesicht zu knallen wie soll das denn sonst haben hast du einen katholiken überzeugt wiedergeborener christ zu werden also am kölner dom stand ich da und habe die wahrheit gesagt und zwei leute sind aus der schlange die da am warten waren weggegangen ja weil sie zugehört haben und ein offenes herz hatten für die wahrheit so zwei leute sind aus der schlange rausgegangen weil die bibel sagt es ganz klar erfanden ob das dem katholiken schmeckt oder nicht das ist mir völlig egal denn sei es gelegen oder die bibel sagt nicht maria ist wie jede andere frau die bibel sagt man kann sich doch ausreden du hast ja nicht so viel bibel gelesen erfahren also dann lass mich doch bitte aussehen okay jetzt musst du zeigen dass du mehr bibel gelesen hast nein aber warte doch mal was die bibel sagt bibel gott sagt da ist nicht einer auch nicht ein einziger der gutes getan hat alle sind sie abgewichen von gottes herrlichkeit damit ist maria auch gemeint warum weil maria wurde von ihrem vater und ihrer mutter ganz normal gezeugt und jeder hat die erbsünde auch maria darum geht es das meine ich und in der bibel schon eine sache aus verschieden und in der bibel steht ihr fand in der bibel steht vor gott gibt es kein ansehen der person vor gott sind alle menschen gleich ich rede von äpfel du redest von birnen ich habe nicht gesagt du redest jetzt von komplett allgemeinen sachen alle sind sünder alle ist schon alles klar sage ich nicht ja aber das ist das thema du hast doch gemeint nein es ist nicht damit gemeint nein du hast und das meine ich du hast dieses feingefühl in diesem sinne nicht verstehst du das geht nicht darum es geht nicht darum sünden frei oder sonst was es geht darum dass du meiner meinung nach man muss nicht katholik sein aber man muss um zu sagen ja maria war eine besondere frau und nicht eine frau wie jede andere ich habe nicht die erbssünde damit meine ich doch nur da wir haben nicht über erbssünde geredet aber allgemein geredet das allgemein gesagt maria ist wie jede frau im vor gott vor gott ist jeder mensch gleich es gibt sie war auch ein ganz normaler mensch in der erbssünde geboren das ist gemeint dass vor gott kein ansehen der person gilt punkt jesus christus war der einzige ohne sünde so alle anderen waren alles am sünder egal wer du wiederholst nur das was schon klar ist und was ich auch gar nichts was anderes sage aber du verstehst den punkt nicht du verstehst den punkt nicht wie man dinge rüber bringt und wie man dinge sagt man kann dasselbe sagen aber es auf falsche art und weise sagen auf falsche art und nein ist die bibel und jedem den das nicht schmeckt der hat halt leider pech gehabt sorry tut mir leid dass die wahrheit ich weiche nicht ab für menschen damit sie mir applaudieren und mich teufeln abweichen keiner sagt abweichen keiner sagt abweichen sondern ist auf die beste art und weise rüberbringen es geht nur um die darum wie man es richtig rüber bringt das ist der punkt ja aber ich bringe es doch nicht die bibel sagt ihr von ich verstehe euer problem nicht ich bringe es genauso rüber wie gott es gesagt hat dass keiner ist die personifizierte bibel du kannst nicht sagen ich bringe nur dass wir die bibel das sagen alle alle sagen dass ja so und so verstehst du du kannst dich darauf beziehen sein und dann lest es doch nach dann könnt ihr es doch selber lesen da steht es doch schwarz auf weiß du verstehst den punkt nicht egal mein handy ja zwei prozent ich gehe gleich bei tik tok werde ich hier gleich offline sein okay alles klar ist ja auch nicht schlimm davon ich nehme das nicht übel ich wollte es halt nur sagen weil die leute das im chat die ganze zeit schreibt und ich kritisiert meine herangehensweise und ich kritisiere deine herangehensweise du sagst ich rede zu wenig darüber ich sag du machst es auf eine art und weise die vielleicht hier und da welche abschreckt und fertig und das ist deine meinung und ich sage dir meine meinung die wahrheit schreckt immer ab das war doch schon immer so ja wahrheit und ich bin die lüge du bist die wahrheit ich bin die lüge das habe ich auch gar nicht gesagt ich meine die wahrheit der bibel die wahrheit wird und wird auch schon immer bekämpft oder nicht ich rede von dem evangelium geht nicht und es geht nicht um die wahrheit der bibels führt um deine herangehensweise nicht um die wahrheit der bibel ich zweifle ich die wahrheit der bibel am und dass diese deine herangehensweise und du springst auf die Wahrheit der Bibel. Und du nimmst das wie so ein Schutzschild. Ich zue nicht die Wahrheit der Bibel an Zweifel, sondern deine Herangehensweise, weil du gesagt hast, ja, ich mache das und das. Und ich habe gesagt, ja, ich sehe es anders. Ja, TikTok ist offline.